Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, Willkommen hier zurück für eine weitere Folge im LS22 Projekt 8 mit GIF und Florian Spielen So habe ich die Ehre So, in der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, jetzt gehts ans beim UWC, den wir dann zum vorbereiten für das Hackel So werden wir heute jetzt auch weiter machen, das heißt, unten ist ja gleich purer Blut, wo wir die Sachen umziehen können So, jetzt wollen wir jetzt mal hin und nehmen wir uns die zwei noch an So Die da wird eigentlich ganz ein Bomber Da wird wirklich ein Bomber So, so Wenn man neu ankriegt Deswegen werde ich wahrscheinlich aber auch nicht so gut sehen, aber So, wenn wir es aber wegrübschen So Jetzt gehts So, einmal So Dann machen wir uns mal den hin und nehmen, dann müssen wir das auch schon Abgeschnitten sein Ja, es auch Dann machen wir uns den hin und nehmen Dann machen wir uns den hin und nehmen Und dann gehen die, dann einfach mal den hinüber So Dann machen wir wir uns den hin und nehmen wir ihn hin und gehen wir den hinüber und dann einem drücken ihn ganz darauf hin anziehen Schau schon mal nicht verkehrt aus. Schauen wir mal bei den Lockhammer. So, dann werden wir auch nicht verkehrt. Da sind wir jetzt hinter die Maschinen. So, dann werden wir auch noch ein Krippgrün. Schauen wir mal, ob wir gleich am besten hin sind. Aber am besten gleich auch hin. Dann noch ein wenig nachschieben. So, dann nehmen wir es brauche. Dann passen wir aber auch noch nicht mehr. So, dann werden wir auch noch ein wenig nachschieben. So, dann werden wir auch noch ein wenig nachschieben. So, dann werden wir auch noch ein wenig nachschieben. So. Was machst du? Wie ein Tuchdecker Ja? Wie ein Tuchdecker Dann bleiben wir da rufen Dann bleiben wir da rufen Dann bleiben wir da rufen Ja, so ein Tuchdecker Hallo Weißt du was das wieder aufgeschnappt hast Aber hab ich noch nie gehört Auf jeden Fall nicht mit dem Zusammenhang Nee, ich wüsste auch nicht wie Ja, ob ich jetzt schief soll Oder erfahren soll Ist mir überlassen, oder? Das kann ich machen wieder durchdecken Nee, hab ich noch nie gehört Und einen für irgendwelche Spitzel Oder für irgendwelche Bekannten Fällen Das ist ein Tuchdecker Die Bordelung Das ist die Zeit Ich habe mich auf den Weg Aber das war nicht Der Tuchdecker Das war nicht so Ich bin ein Tuchdecker Okay, das muss ich jetzt nicht sagen. Wo ist es? Okay, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020